Moin moin, ich habe heute zwei Tipps für realistische Schatten für euch und die gibt es gleich nach meinem neuen Intro. So, los geht's mit dem ersten Tipp und dabei geht es um den Kernschatten. Wer schon mal ein Tutorial von mir gesehen hat oder schon mal auf einem Workshop von mir war, der kennt vielleicht diesen Tipp schon. Es geht um den Kernschatten, wie gesagt. Und das ist ein Schatten, den wirklich sehr, sehr viele Leute vergessen, wenn sie Fotomontagen machen. Und dadurch wirkt es oftmals so, als ob ihre Objekte oder Menschen, was auch immer sie irgendwo einbauen wollen, schweben. Ich zeige euch einfach mal, wie das Bild hier ohne den Kernschatten aussehen würde. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Ich habe hier zwei Ebenen für den Schatten und ich blende jetzt mal den Kernschatten aus. So sieht das Ganze aus. Vielleicht ist euch gar nicht so viel aufgefallen. Aber wenn ich jetzt herauszoome, habe ich das Gefühl, dass das Trätauto hier nicht richtig auf der Straße steht. Also vor allem in diesem Bereich hier. Achtet mal auf den Bereich hier unterhalb der Räder. Da fällt es auf. Und da ist der Kernschatten. Das ist der Bereich, der direkt unter dem Reifen liegt hier in dem Fall. Oder wenn ihr einen Mensch einfach auf den Boden stellen wollt, einfach der Bereich, der unter den Füßen sich befindet. Und da ist es eigentlich immer sehr, sehr dunkel. Ich zeige euch auch noch mal das Originalbild hier, denn das hier ist ja schon das fertige Compositing. Gehen wir nochmal hier auf das Original. So sieht das Bild im Original aus. Und der Kernschatten befindet sich hier zum Beispiel. Ihr seht es hier auf der linken Seite. Da ist es dunkler. Hier direkt unter dem Reifen. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Man erkennt hier, dass der Schatten hier in diesem Bereich auf jeden Fall dunkler ist und dann eben in diese normale Helligkeit des Schlagschattens hier reingeht. Also nochmal zur Erklärung. Der Schlagschatten ist der Schatten hier, der große Schatten, der die Form des Fahrers und des Kettgars hier wiedergibt. Also der Schatten, der direkt durch die Lichtquelle erzeugt wird. In diesem Fall war es die abendliche Sonne. Und der Kernschatten ist eben der Schatten, der auch da ist, wenn es keine Sonne gibt. Also der Objekt, der wirklich mit dem Boden fahren kann. Und das ist der dunkle Bereich, der eben direkt unter den Objekten liegt. Und ja, den will ich jetzt auch noch einmal kurz einmalen, damit ihr seht, wie ich das mache. Ich blende ihn hier einfach nochmal aus, erstelle eine neue Ebene und habe jetzt das Pinselwerkzeug hier angewählt. Mein Fluss ist bei 3%. Ich habe schwarze Farbe angewählt. Und ich fange jetzt mal an mit einer Pinselgröße von 34 Pixel. Ich habe einen ganz normalen, runden Pinsel, 0% Härte. Und jetzt fange ich hier an, diesen Schatten einzumalen. Ich mache meinen Pinsel nochmal ein bisschen größer. Je größer er den Pinsel macht, desto weicher ist natürlich auch die Kante, weil einfach mehr Pixel da sind. So, und jetzt lasse ich diesen Schatten eben hier weich in den Schlagschatten reinlaufen und achte darauf, dass es hier direkt unter dem Reifen sehr, sehr dunkel wird. Das ist im Prinzip auch schon alles. Achtet darauf, dass ihr nicht über den Schlagschatten hinaus malt, denn der Kernschatten befindet sich immer innerhalb des Schlagschattens. Hier hinten braucht es auf jeden Fall auch einen Kernschatten, also natürlich in allen Reifen. Hier direkt an der Kante, wo das Rad den Boden berührt, darf es wirklich fast schwarz sein. Bei einigen Bildern kann es sogar komplett schwarz sein. Hier noch ein bisschen. Hier darf es auch ein bisschen dunkler werden. Und wenn ihr eben mit sehr wenig Fluss malt, dann habt ihr immer die beste Kontrolle über euer Ergebnis und könnt euch wirklich sehr, sehr langsam herantasten an das richtige und gut aussehende Resultat. So, das war es auch schon. Ich zeige euch nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Meiner Meinung nach sehr viel besser, sehr viel glaubwürdiger. Kommen wir zum zweiten Tipp. Dafür zeige ich euch noch einmal zwei Beispielbilder, jeweils eben Fotos, die sind vollkommen unbearbeitet. Und es geht mir jetzt darum, dass der Schatten weicher wird, je weiter er von einem Objekt entfernt ist. Das ist auch etwas, was viele Leute nicht wissen, wo ich immer wieder sehe, dass Leute nicht darauf achten. Also hier zum Beispiel an der Laterne kann man das sehr gut sehen. Und der Schatten hier direkt sehr nah bei der Laterne ist sehr, sehr scharf. Also wir haben hier eine sehr harte Schattenkante. Und je weiter wir uns wegbewegen von der Laterne, desto heller wird einerseits der Schatten, aber auch weicher eben. Die Kanten werden so richtig, ja, richtig weich. Und hier beim Schatten der Person sieht man das auch. Hier hinten, der Schatten vom Kopf ist sehr, sehr weich. Und hier direkt am Fuß ist der Schatten ziemlich knackscharf. Nochmal ein zweites Beispiel. Hier nochmal eins aus dem Studio. Klar, dieser Lichtformer hier, diese Softbox, die macht sowieso ein etwas weicheres Licht als die Sonne. Das wird ja hier durch diese weißen Folien sehr stark abgesoftet, das Licht. Aber auch hier sieht man, der Schatten ist hier direkt am Objekt etwas härter als hier hinten. Da ist er sehr, sehr weich. Und man sieht ganz klar, dass die Schattenkante weicher wird. Das nur als Beispiel, wie es in der Realität ist. Wie können wir das jetzt bei einem Bild nachahmen? Ich zeige euch das jetzt nochmal hier an dem Bild. Wenn wir uns hier nochmal das Original anschauen, dann sehen wir hier eigentlich, ja, diesen Effekt nur sehr, sehr schwach. Also es wird hier ein bisschen weicher, aber da der Schatten hier nur zu kurz zu sehen ist, also wir müssten eigentlich noch weiter nach links schauen, sieht man hier diesen Effekt nicht so stark. Aber der Schatten würde garantiert auch nach hier links hin weicher werden. Dennoch möchte ich euch an diesem Bild jetzt nochmal schnell zeigen, wie ihr diese Weichheit, wie ihr diese langsam stärker werdende Weichheit reinbekommen könnt. Und dafür nehme ich hier einmal die Ebene meines Schlagschattens. Übrigens, diesen Schatten hier habe ich einfach nur freigestellt. Also das ist der Originalschatten, den ihr auch hier seht. Den habe ich einfach mit dem Fahrtwerkzeug einmal umfahren und dann daraus eine Auswahl gemacht. Die wird schwarz gefüllt und die dann hier unter das Kettkar gelegt. Und dann passt das perfekt. Also wenn ich die Möglichkeit habe, den Originalschatten zu nehmen, dann nehme ich auch den Originalschatten. Ich habe es sogar hier auch schon so ein bisschen weicher gemacht. Ihr könnt dazu einerseits natürlich das Weichzeichnerwerkzeug nehmen, aber das hat gewissermaßen seine Grenzen. Irgendwann könnt ihr immer wieder drüber malen und es wird nicht weicher. Also wenn es so ein bisschen weicher werden soll, dann reicht das Weichzeichnerwerkzeug. Das ist manchmal der schnelle Weg. Wenn ihr es aber noch weicher haben wollt und so einen richtig schönen Verlauf haben wollt, dann macht es Sinn, einen Filter zu benutzen. Ich mache hier einmal ein Smart-Objekt aus der Ebene. Also das hier ist meine Schatten-Ebene. Ich gehe auf Filter, Weichzeichnergalerie und dann Tilt-Shift. Und hier sind wir im Tilt-Shift-Filter. Übrigens, wenn ihr diese Linien hier nicht seht, also die Werkzeuge, um diesen Filter zu beeinflussen, dann müsst ihr einfach einmal Steuerung und H drücken. Und dann werdet ihr das hier sehen. Ich werde jetzt erst einmal das Ganze hier auf die Seite drehen. Das geht hier an diesem kleinen Punkt, an dieser durchgezogene Linie. Ich werde ihn ungefähr senkrecht stellen. Jetzt funktioniert das Ganze so. Der Punkt hier in der Mitte, der ist dafür da, anzuzeigen, wo die Schärfe liegt. Also in dem Bereich hier, wo der Punkt ist, bis jeweils zu den beiden durchgezogenen Linien, nach links und rechts, ist es komplett scharf. Da ich jetzt hier auf der rechten Seite keine Unschärfe drin haben will, denn wir befinden uns ja hier immer noch sehr nah am Objekt, würde ich diese Linie hier einfach mal komplett aus dem Bild herausschieben. Uns interessiert ja nur die Unschärfe, die hier nach links entstehen soll. So, vom Punkt bis hier hin, bis zur durchgezogenen Linie, ist es komplett scharf. Also da passiert einfach gar nichts durch den Filter. Dann hier ab der durchgezogenen Linie bis zur gestrichelten Linie wird sich die Unschärfe langsam aufbauen. Also dazwischen wird es langsam unschärfer. Und nach der gestrichelten Linie, ab der gestrichelten Linie, ist die höchste Unschärfe erreicht, die ihr hier oben eingestellt habt. Also, das ist vielleicht ein bisschen besser sichtbar, wenn ich das Ganze hier nochmal ein bisschen nach oben drehe. Ich habe das mal auf 90 Pixel gestellt, das ist jetzt natürlich hier viel zu viel für dieses Bild, aber so könnt ihr den Effekt besser sehen. Und so könnt ihr jetzt einen Unschärfeverlauf erzeugen. Ich würde jetzt hier vielleicht, würde ich nur so eine leichte Unschärfe reinnehmen, denn wir wissen ja, das war hier an der Stelle auch in der Realität nicht so unscharf. Also sollte man dann hier bei unserem Composing auch nicht sehr viel unschärfer werden. Ich gehe mal hier so auf, ja, vielleicht auf 16 und dann haben wir hier so einen schönen Unschärfeverlauf. Ich klicke OK, lasse das einmal durchrechnen und dann habt ihr euren Schatten mit diesem schönen Unschärfeverlauf versehen. Und ja, im Prinzip war es das auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr setzt das vielleicht bei euren nächsten Fotomontagen ein. Übrigens noch ein kleiner Tipp, falls ihr noch ein bisschen mehr über Schatten erfahren wollt. Ich habe noch ein weiteres Video über Schatten gemacht. Das allerdings nicht auf meinem Kanal, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich könnte es eigentlich mal wieder neu auflegen. Das ist dieses Video hier. Das habe ich vor über drei Jahren mal für den Kanal von Christoph gemacht. Da erkläre ich drei Wege, wie man Schatten erstellen kann. Also vielleicht auch noch ganz interessant. Einfach Schatten erstellen, Photoshop bei YouTube eingeben oder einfach den Titel und dann findet ihr das schon. Gut, dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns vielleicht bald wieder. Bis dann. Ciao.